Kev, grüß dich! Hey! Na, alles gut? Alles super, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Wo willst du denn hin? Wir haben viel gemacht in der letzten Zeit. Schaut einfach mal rein, es ist viel Unsinn dabei. Alles klar, bis bitte! Was machst du denn da? Ich will mich selber beim Üben. Ein bisschen viel. Ich hab Hunger. Was gibt's denn heute? Nichts. Warum? Wir haben noch gute Sachen hier, Kevin. Äpfel. Prinzenrolle. Es gibt die heiße Tasse. Hm, lecker. Michi hat hier Chili con Carne? Ecker. Also eigentlich ernährt man sich doch ganz gut hier im Studio. Eigentlich nicht. Aber ich brauche irgendwas, was geiles Fettiges. Hol doch mal was. Nö. Endlich wird Gitarre aufgenommen. Juhu! Die gute 400 Euro Gitarre. 350. Die hab ich letztens durch den Proberaum geschmissen, weil der Koffer offen war. Und davor stand's im Barhocker und dann wollte ich den Koffer so über den Barhocker schwingen und der Koffer war offen und dann hab ich die Gitarre durch den halben Proberaum geschmissen. Ja. Ja. Ja! Juhu! Oh, seid ihr schon fertig? Das ging aber schnell. Äh, dann machen wir mal weiter. Wir sehen uns, wenn ihr wollt. Ja. Ja. Ja.